Bei meinem allerersten Trainer, Christian Streich, ich weiß gar nicht, ob er das noch weiß, bin ich einmal zu spät zum Training gekommen, am nächsten Tag. Beim nächsten Spieltag durfte ich nicht dabei sein. Wenn du Bock hast, Fußball zu spielen, nicht spielen zu dürfen, war das die hatteste Strafe als Jugendkicker. Da hat es bei mir vielleicht nochmal so einen Klick gegeben, sag, ey, jetzt konzentrier dich mal nur auf Fußball, wenn das dein Traum ist und ich denke, ja, da habe ich ihm auch sehr viel zu verdanken.